Welcome back in der Dota 2 Asian Championship 2015 im Loser Brackett spielte der Runde 1 Invectus Gaming gegen LGD Gaming. LGD Gaming wurden zuletzt von Cloud9 in der Gruppenphase quasi in das Lower Brackett geworfen. IG hat das erst letztens gemacht. Kommen frisch aus dem Winners Brackett ja von gestern. Warten nicht so viel für sie zu machen gegen Secret und erst gegen VG sah das dann vielleicht anders aus. Anyway, ich habe mich nur gerade vom Spoilern abgehalten. LGD bunt Axe und Chen. IG bunt schön den Batrider und den Tidehunter. Kai Chen. Auch mal was Neues. Vielleicht sehen wir dann wieder das Enigma. LGD Gaming First Pick Medusa. Auch interessant. Wollen ich halt unbedingt haben. IG kontern dagegen mal wieder mit einem Void, den wir seit einer längeren Zeit tatsächlich jetzt mal nicht gesehen haben. Außerdem wahrscheinlich aber auch als Deny Pick so ein bisschen gedacht, denn Void Medusa hat ein Big God zuletzt sehr erfolgreich gespielt gehabt. Tja. Also IG müsste ich jetzt überlegen. Sie brauchen wahrscheinlich irgendwas Fettes, was in der Chrono oder in die Chrono hinein Damage machen kann. Das hat sich so ein bisschen halt verschoben. Früher hat man gesagt, okay, die Chrono ist ein perfekter Setup für so Dinge wie... Ja, nicht unbedingt ein Shadow Fiend, aber halt große Ultis wie einen Static Storm oder wie eine Mystic Flare von dem Skyrath Mage oder sowas. Das hat sich jetzt irgendwie meiner... meines Erachtens noch ein bisschen verschoben. Dass es halt in die Richtung geht, okay, wir haben eine Chrono. Und die Chrono nutzen wir halt ausschließlich, um im Late Game da halt einen Safe Lane Ranged Carry zu haben, der in die Chrono reinschießt. Das ist halt so das, was ich bisher eigentlich mitgegeben habe. Medusa Faces Void beispielsweise war dann halt so die Combo mit LGD Gaming. Brauchen da sehr viel Zeit, um sich dafür zu... Ja, neu reinzufinden. Und es wird Medusa Ember Spirit jetzt, als der Held, der da quasi Ranged sein soll, um da reinzuschießen. Äh, Quatsch, um. Ja, sie wollten halt Medusa Faces Void haben, mussten sich jetzt umentscheiden, holen den Ember Spirit. LGD Gaming sehen halt schon so aus, als ob sie das Ding halt sehr, sehr late treiben wollen. Bannen halt auch schon so Sniper und so, halt genau eben die Helden, die in die Chrono reinschießen könnten. Vielleicht sogar jetzt einen Drow-Bann. Vengeful Drow wäre vielleicht eine gute Combo. Könnte man noch was mit dem Drow-Lineup machen. Aber halt nicht sicher. Auf jeden Fall der Sniper schon mal raus, als auch Ranged Carry für in die Chrono reinzuschießen. In Victus Gaming, erstmal Brewmaster raus. Weiterer, halt vielleicht auch einfach nur einfache Helden rausnehmen, die sie dies mitgeben bringen würden. Denn das ist natürlich die kritische Phase. Bis 25, 30 Minuten erstmal kommen für LGD Gaming. Aber bis dahin ist jetzt bisher noch nicht so viel vorhanden. Tja, kein Ferrari-Invoker. Sehr schade. Wäre auch eine ziemlich gute Sache mit der Chrono gewesen. Vielleicht gehen sie jetzt hier mit Scarlet Match. Und mal schauen, ob sie vielleicht die Drow auspacken, für den Damage zu dealen. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Sache wäre. Aber es wäre halt noch drin. So. Erstmal dafür. Ist interessant, die Anzahl der Streams plötzlich so langsam eingependelt. Irgendwie gestern beim Navi gegen IG-Spiel waren tatsächlich irgendwie zu Hochzeiten 15 Streams in verschiedenen Sprachen online. Weil sie in allen Sprachen das Game übertragen. Jetzt sind wir runter auf nur 10 Streams. Und wie sich das halt so anständig gehört, ist, ha, nicht ganz. Ist der deutsche Stream nicht ganz hinten. Ist fast so weit sind wir in den Viewern dran wie der französische Stream. 27 zu 28. Von daher, wenn ihr noch ein paar Freunde habt, kommt rüber, damit wir den deutschen Stream über den französischen Stream heben können. Äh, ja. China, Half-Life TV 5 überträgt es halt auch in chinesisch. Ist halt so eine Sache. Äh, chinesische Stream hat halt einen eigenen großen Stream. Deshalb ist es da schwierig ranzukommen. Und der portugiesische Stream anscheinend ist noch offline. Hat sich nur so eingetragen. Na gut. Aber, naja. Nicht ganz, äh, an BTS kommen wir nicht ganz rein. Die sind bei 43.000. Aber, naja. Sky with Mage ist tatsächlich die Wahl von Luo, der jetzt hier draftet. und Skyrath Mage Faces Void Action macht quasi. Müssen das Ganze auch sehr stark jetzt, na nicht umstellen, aber sie müssen es halt sehr stark auf Mid-Game und Early-Game Action auslegen. Weil LG Gaming hat mit Embers Build Medusa jetzt schon halt Carries, wo du halt, du kommst nicht rüber. Kannst vergessen. Im Late-Game ist es da für IG nicht mehr möglich, irgendwas fetteres zu picken als diese beiden Helden. Dementsprechend, mit Witch Stock, da noch dazu. Eventuell Deny-Pick, nein, eigentlich nicht. Hätte sein können, aber muss nicht. Witch Doctor auch noch dazu genommen. Haben sie halt jetzt wirklich einen Line-Up, das Late, 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 Late geben kann. Und IG tut hier genau das Richtige. Shadow Fiend, Damage, Damage, Damage. Und im Mid-Game halt einfach mit der Chrono rein. Shadow Fiend ist ein Snowball Hero. Und halt einfach versuchen zu Snowballen und das Game halt zu beenden. Ansonsten, je länger es wird, desto mehr ist es in favor of LG Gaming. Was LG jetzt aufpassen muss, ist, dass sie halt nicht zu viel Late-Game draften. Witch Doctor ist reasonable im Early-Game, hat aber halt nur einen Stun und ein bisschen Heal. Embers Build kommt einigermaßen klar. Medusa hat gar nichts. Und dann brauchen sie jetzt noch irgendwie einen Reliable Stun und halt irgendwas, was auf der Offlane, was halt Space Created. Das ist halt das große. Wir brauchen Space Created, ansonsten wird Shadow Fiend und Void halt einfach überall vorbeilaufen. Witch Doctor ist bei Skyrath-Mage, kann er alleine rumlaufen und Leute töten. Und das wäre katastrophal für LGD Gaming. Das hilft nicht. Der Wisp hilft eventuell, um ein paar Leute rauszuholen. Aber, ja ansonsten. Ja, Beyond the Summit ist mir in 10 Sekunden voraussichtlich. Die Lane ist mir auch in 10 Sekunden. Für technical reasons. Ja, das Twitch-Elay ist bei beiden. Aber halt, ich habe hier 10 Sekunden die Lateren. Nicht, dass es irgendeinen, ähm, nach einem, irgendeinen Unterschied hätte. Nun gut. Bristleback, gebannt für LGD Gaming, wäre halt auch so ein Held, der einfach halt das Mitgeben überleben würde und sie da durchbringen würde. Troll ist raus. Das wäre auch ein wunderschön Held. Und tatsächlich kommt die Draw Ranger. Hier, ein, ja, vierer Line-Up mit Ranged und Shadow Fiend, Draw Ranger, Void. Das ist definitiv... Ja, das ist halt so eine Sache. Also, da haben sie krasse... Da haben sie jetzt super krasses Mit-Game-Line-Up. Und das wird extrem hart für LGD irgendwie durchzukommen. Ich bin mal gespannt, was sie hier picken. Irgendwas, was halt da irgendwie... Noran... Ja, ob es da halt irgendwie durchkommt. Bin ich mal sehr gespannt. Darks hier. Hm. Ja, mehr Richtung mit-Game. Aber ich weiß nicht, ob das genug ist. Da muss LGD extrem gute Plays legen, dass sie halt wirklich gegen das... Gegen diesen Snowball von IG, wo halt wirklich... Also dieses Line-Up von IG schreit so sehr Snowball, dass halt wirklich nur ein Tusk noch mehr Snowball in diesen Line-Up reinbringen könnte. Das ist wirklich so eine Sache. Bin ich mal gespannt. Ansonsten wird das hier ein sehr, sehr starker und einseitiger Stomp für IG. Also, wenn IG das gewinnt, werden sie das wahrscheinlich nach 25 Minuten tun. Nach 30 Minuten. Vielleicht 35. Wenn LGD das gewinnt, werden sie es nach 70, 80 Minuten geben. Von daher könnt ihr euch selber überlegen, auf was ihr hofft. Hofft ihr auf 80 Minuten gehen. Yay. Oder wird das hier ein Stomp für IG. In dem Draft würde ich halt einen krassen Vorteil für IG legen, weil dieses Line-Up ist fucking scary. Also da würde ich jetzt nicht auf diesen Knopf hier drücken für die Predictions, wenn es ein Pub-Game wäre. Wenn ich LGD wäre. Aber naja. LGD Gaming haben durchaus hier die Spieler, um das eventuell doch irgendwie... irgendwie rumzureißen. Es kommt halt sehr viel auf Early-Game-Gangs an und Early-Game... Performances von den einzelnen Helden. Aber naja. Wir versuchen es mal. Ciao. Auf dem Immersbild in der Mitte. Wir haben tatsächlich Dual Lanes. Mit Faith und Scylla auf der Top-Lane. Medusa und Witch-Doctor. Und in July ein MNY auf der Bottom-Lane. Beziehungsweise Dual Lanes ist halt so die Sache. Whispert wahrscheinlich nachher zurückgehen. Verhilft in July halt nur den Movement-Speed, um halt schnell den Ward zu setzen. Im Überblick sieht das immer noch Dual Lanes aus. Aber im Nachhinein wahrscheinlich eher nicht. Der Whispert wird entweder Mitte- oder Top-Lane laufen. Oder vielleicht in July unten noch ein bisschen Mana geben. Aber auf der Seite von Invectus Gaming haben wir June Offlane Faces Void. Wir haben Luo auf der Drow Ranger. Zusammen mit Chuan, der, weiß ich nicht, äh, ja, nachdem wir letztens halt schon im All-Star-Match gesehen haben, ich würde gerade sagen, der hoffentlich ist ein besseres Spiel als im All-Star-Match. Ein bisschen ernster, aber nein. Ich kann mich gerade an keine Aktion erinnern, wo der gute Chuan irgendwo im All-Star-Match Fehler gemacht hätte. Naja. Tschüssi. Tschüss, Kat. Irgendwie war das so auf Scarleth-Mage. Ich habe es gestern noch bei BTS gehört. Aber egal. Aber egal. Und zu guter Letzt der gute Ferrari. Auf dem Shadow Fiend. Ah, die Salzstern kratzt im Hals. Ups, habe ich MMI vergessen? Ne, doch, MMI und Zile auf der Top-Lane doch. Ich kann mich gerade nicht an seinen Namen erinnern. Ob ich MMI schon mal gesagt habe oder nicht. Ja. Wie gesagt, es sind krasse Spiele. NGD haben krasse Spiele. Aber sie haben halt auch ein krasses Line-Up gegen sich. Da muss man halt schauen. Patentierte Double Iron Shell Technologie von in July kommt hier durch, um sehr schnell durch die Creep Waves zu gehen. Aber die Denies von Luo sind halt auch vorhanden. Ja. Aber nicht ganz alles gehen. Ja, die Draw wird halt leider von diesen Creeps runtergerannt. Von daher müsst ihr vielleicht demnächst über Boots nachdenken. Auch Triple Wraith Band Technologie wird bald hier rauskommen. Das ist einiges in Agility. Aber das braucht es natürlich auch, um halt irgendwie schnell die Einshells vielleicht down zu bekommen. Oder halt auch einfach nur zum Lieden ein. Tschüss, Buck. Okay. Danke. Tschüss, Cat. Tschüss, Buck. Ja, Luo auf der Bottom Lane sollte eigentlich okay sein. Es ist halt, die Einshells machen ihm dann untertauern ein bisschen problematisch, wenn der Creep halt einfach nur hinter ihm leeren will. Und er sich absolut nicht von den anderen Creeps stören lässt, die da anders sind. Und, tja, auf der anderen Seite, Offlane, Dune, Faces Void, gegen diese beiden Supports, der wird eine recht gute Zeit haben. Und dann auch Ember. Also sie haben halt irgendwie einen, maximal zwei Stunts dort. Und das, weiß ich nicht, ob das genug ist, um da halt so ein Faces Void auf der Offlane abzuhalten. Außerdem hat Shadow Fiend, Shadow Fiend ist halt auch so ein Timing-Ding. Von, ab Level 3 bis 5 wird halt immer stärker mit den, mit den, äh, mit den Necros und den, halt den Souls einfach hier hat. Und das Problem ist halt jetzt, durch die Draw Aura bekommt er halt jetzt schon ein bisschen mehr Boost. Schon erstens ohne Souls unbedingt. Und zweitens halt auch generell schon noch Level 1 an. Weil die Aura wird jetzt nicht unbedingt hochgeskilled. Lassen wir mal ein bisschen Frost Arrows. Aber, klar, die Aura ist halt da und macht den Damage. Nachher, Ferrari bekommt quasi so viel Unterstützung, wie es eigentlich nur geht auf dieser Safe, auf dieser Mid-Lane. Hat halt irgendwie jetzt schon 100 Damage. Und es wird dann schwierig, für Scylla halt irgendwie Lasted zu bekommen. Sehen wir schon, alles wird denied. 16 zu 6 im Shadow Fiend gegen 10 zu 0 auf Scylla auf der Medusa. Das wird eine schwierige Sache. Ja, und, äh, ich hab auch für den heutigen Stream, einfach weil, hey, seit dieser Woche auf Scylla TV, dementsprechend kann ich auch mal die Qualität aufgehen. Es ist jetzt gerade 3 Mbit auf 720p. Aber ja, wenn euch das nicht HD genug ist, off-source, dann gibt's auf dem Scystason YouTube-Channel auch alle Videos in 1080p, die wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art auf dem Saphira YouTube-Channel verlinkt werden. Oder dort, wo hochgeladen wird, bin ich mir gar nicht so sicher gerade. Ja. Dann mal schauen, aber erstmal der Gang in der Mitte. Scylla wird gegout, aber noch nicht ganz, wird nur ein bisschen zurückgedrängt. Muss sich langsam regenerieren, aber... Ich glaube, es wurde scoutet, zumindest ist der Ward hier, hat die Rotation, glaube ich, gesehen, ja. Daher... Failed Gank von IG. Aber es wäre doch nur dieses... Die Krönung noch. Denn, ja, Ferrari kommt auch so alleine, klar. Auch wieder Emma's Bild. Von daher haben wir hier die 3 größten Farmer, sind halt die Safelane von LGD, die Safelane von IG und die Midland von IG. Nachher kann sich IG definitiv über die Laning Stage nicht beschweren, aber natürlich ist es halt auch das, was sie brauchen. Denn, ja, krasses Late-Game-Line-Up. Ja, ein gewisser Teil von Wombo-Kombo ist natürlich vorbei. Wir haben das Vaco-Mento-Battlefield von Emberspirit. Vaco-Jet, ja, das ist eine Kombo. Auch wenn sie halt sehr timingspezifisch ist, muss halt wirklich perfekt passen. Aber... Müssen sie halt sehen. Also klar, im Late-Game ist es auch doch klar, kommt die Wall raus, dann haben sie halt wirklich nichts mehr. Aber ob sie es in Late-Game bringen können, ist die andere Sache. Dune, nur Level 3. Schluss hier ein bisschen der FXP zu bekommen. Oh, holt sich tatsächlich einen... Einen Creep muss aber hier wegjumpen, denn das Maledict kommt und der Damage wäre dann da gewesen. Mitte, wie sieht es bei Ferrari noch aus. 27 zu 16 gegen 16 zu 0 für der Medusa. Mal schauen, wie viele Denice er noch machen kann. Ist jetzt auf knapp 130 Damage. Und es wird sehr schwierig für Scylla da irgendwie mitzuhalten. Ist jetzt jetzt irgendwie bei 66 Damage. Also fast die Hälfte. Also ja. Quasi genau 51% Damage. Bitter für Scylla. Wird eine recht schwierige Zeit haben. Aber muss halt einfach mit der Snake dann fahren. Lieber ein bisschen mehr macht. Nämlich 160 Damage. Auf dem ersten Jump. Auf dem zweiten halt ein bisschen mehr und so. Trotzdem, auch unterm Tower ist es doch recht einfach für Ferrari hier zu farmen. Wie sehen die Stacks aus? Ui, Triple Stack schon hier unten. Da. Tschüss, Buck und Chuan haben da nicht geschlafen. Haben einige Stacks gemacht. Besonders, weil halt Draw einfach unten auch komplett alleine klarkommt. Ist halt keine Regen. Aber, ja. Ein Chats kommen, aber nur Single Ein Chats. Oh. Da kommt tatsächlich die Rotation von Injulei. Und it's a trap, it's a trap. Aber, ja gut. Okay, der Damage reicht nicht. Aber die Draws da, die Draws da. Der letzte Hit kommt hier tatsächlich rein. First Blood von Skyrath Mage. It's a trap hat sich ausgezahlt. Und IG finden hier das First Blood auf dem Darkseer. Wunderschön gemacht hat auch die Trap. Und hat hier auch schon gesehen, okay, er kommt hier rüber. Das heißt, wir verstecken uns und holen uns diesen Kill. Sehr schön. Außerdem sehr viel, sehr viel Emphasis hier drauf gelegt, dass sie den Darkseer unten unter Kontrolle haben. Beziehungsweise einfach die Lane für Luo recht sicher machen. Dass hier keine Rotations kommen können. Beziehungsweise Rotations halt schon frühzeitig gesehen wurden. Denn die Drawing ist halt neben dem Shadow Fiend halt so der Großteil der Damage. Shadow Fiend hat sich halt jetzt ins Deck geholt. 800 Gold plus, was hat er? Na, nichts anscheinend. Okay, er ist auf dem Mecca. In der asiatischen Szene ist ja das Mecca eher verbreiteter dort auf dem Shadow Fiend. Gehen halt nicht so diesen Glass Cannon Bild mit dem Oils beispielsweise, was sich jetzt in der amerikanischen Szene, beziehungsweise in amerikanischen Teams durchgesetzt hat. Oils auf Ferrari, sodass er erstens schneller ist, also auf Shadow Fiend. Zweitens, er kann Leute hochwirbeln und kann halt unten drunter das Requiem bauen. Und halt auch drittens, was wir da auch gesehen haben, den einzigen Stunner oilen und dann halt einfach ein Requiem durchziehen. Nicht unbedingt, um drunter zu stehen, aber halt auch generell zum Safen und so. Oils ist schon ein ziemlich cooles Utility-Item. Halt auch im Shadow Fiend. Aber in diesem Game wird es ein frühes Mech. Denn es ist ein Timing-Push. Sie müssen halt auch früh fertig werden. Und wenn sie früh groupen und früh action machen wollen, ist ein Mech natürlich da die sinnvollere Sache. Und lo, ja. 25 Denies. Der Daxi hat da nicht so viel. Kriegt nicht mehr das Gold eigentlich, was sie haben. Und oh, auf der Bot-Top-Lane. Sehe ich noch gerade einen June, der Umfeld. Haben sie ihn tatsächlich bekommen hier. Wurde, ja, wurde recht viel benutzt. Alle Balls haben getroffen. Maledict hat Damage gemacht und so. Ist schon viel nötig, aber naja. Anscheinend sitzt das halt auch. Um alle... Um jeden Preis halt irgendwie jedes... Jedes Gold-Denying vom Daxi hier. Was Lu so finden kann. Mal schauen, ob das Mask of Madness-Bild geht. Aber erstmal... Also wahrscheinlich schon. Aber erstmal Portraits. Dann sind wir auch schon bei 150 Damage von der Draw Ranger. Und, ja. 170 Damage auf dem Shadow Fiend. Und das wird halt auch nur noch mehr. Sind jetzt gerade 22 Base-Damage, die geshared werden. Das wird noch bald hochgehen. Also spätestens ab Level 11 wird das halt noch so ein Ticken bekommen. Tja. Die Rotation von LGD wurde hier gesehen. Wobei Smoke 1. Da kommt der Kurier. Eventuell Smoke 2. Luo muss gerade sowieso am Tower stehen. Mal schauen, ob er jetzt hier hoch geht. Ob er am Tower stehen bleibt. Aber da kommt direkt der Gower an. Aber... IG sind da. Können Sie das Turnen? Luo ist sehr, sehr low. Ist sehr, sehr squishy. Wird hier auch down gehen? Ja. Können Sie einen Return-Kill? Kriegen noch einen Return-Kill auf dem Wisp? Jetzt haben wir ja alleine. Jawa, der alleine ist. Aber wird nicht gefunden. Ah. Kann hier gerade so weg-TPen. Und wird tatsächlich nicht gefunden. Kann raus-TPen. Luo für den Wisp. Super-Trade von LGD. Und super-Gank. Es war da... Ja. Sehr bitter, dass LGD da auch ein bisschen zu weit zurück war. Und Luo halt einfach kein... Kein Leben hat. Hat da nicht genug Leben, um das halt auch wirklich so zu tanken, dass sie bis dahin dann... Bis dahin dann turnen können. Aber... Das könnte immerhin ein Tower sein. Der Damage ist jetzt wieder drin von der Drow. Von daher kommt da jetzt ein bisschen Damage raus. Kommt auch jetzt gerade die Glyphe dann raus, wenn die Drow wieder da ist. Schön getimte Glyphe. Die Details sind halt auch wichtig. June ist jetzt hier Solo gegen den Witch-Doktor. June gegen Faith. Witch-Doktor Level 6. Faith's Void wird es bald bekommen. So sieht es aus mit Chisbug. In Level 4 erst. Von daher Chrono plus Mystic Flare wird erstmal noch nicht kommen. Aber ja. Auch Luo lässt sich nicht so viel stören beim Farmen. Carrel Musk auf Death gekauft. Einfach um... Heute auch schon früh diesen Damage, was er von den Einschates hat. Einfach mit reinem Damage wieder ausgleicht. Denn bei so vielen Denies ist es halt auch klar. Auch interessant zu sehen, sehr viele... Denies hier auf der Seite von IG. Aber auch gut, Ember Spirit hat auch mit 23 Denies. Ist auch sehr hoch. Also beide Teams sehr stark im Tee-Nein hier. Net Worth, klar. Luo und... Luo und Ferrari sind weit vorne. Aber... Bisher immerhin LGD machen Rotations. Und... Das ist momentan das, was sie immerhin ein bisschen zurückhält. Trotzdem werden sie wahrscheinlich jetzt halt auch bald groupen. Ferrari hofft auf einen... Auf einen Bait von Chuan. Aber bislang... Will die Bait nicht angebissen werden. In July ist hier vorne. In July ist das auch sehr schwierig zu bekommen. Aber erstmal ein Smoke hier. In die Mitte, so wie es scheint. Sie haben ja noch keine Vision. Wir wissen halt nur, dass in der Mitte Medusa gerade pusht. Und sie finden hier Ember Spirit und Wisp. Vielleicht sogar ziemlich gute Positionen dafür. Aber nein. Jetzt gehen sie weg. Trotzdem könnte das noch ganz gut sein. Kommt doch darauf an, wie Chuan sieht. Kriegt er den Swap? Ja, kriegt er den Swap auf Zhao. Der instant in die Luft fliegt. Bam. Aber June... Ah, hat auch keinen Mana mehr für die Chrono. Noch keine Power-Treats zum... Zum... Zum Switchen. Bekommt sie jetzt. Trotzdem Kill of an Ember Spirit. Und wohl der erste Tower für IG. Und einiges sind Damage, das da rauskommt. Mecker gezündet. Aber die Creeperf ist gerade noch ein bisschen im Dauern. Von daher warten sie noch gerade, bis die Creeperf wieder da ist. Mit reinzukommen. Trotzdem aber... Hier steht der Remnant. Da könnte... Durchaus gleich jemand reingejumpt bekommen. Und das ist keine so gute Sache. Genau, Zhao kommt direkt wieder nach vorne in die Frontlinie. Und ich weiß nicht, ob IG da wirklich reinwollt. Haben jetzt den Tower denied und ziehen sich zurück. Und tatsächlich, der erste Tower des Spiels geht an LGD. Hätte ich so nicht erwartet. Die Pressure dauert wohl noch ein bisschen, bis sie wirklich dann halt online kommt. LGD groupen früh ab. Versuchen früh schon den Teamfight. Und ich glaube mal, IG wartet noch so ein bisschen zum einen auf das nächste Level von Drill. Zum anderen halt auch einfach auf das Level 6 von Chisburg. Der da noch so ein bisschen... Bisschen weit hinten ist einfach. In Sachen Leveln. Um halt wirklich die Combos rauszuholen. Und außerdem müssen wir noch die erste Chrono von June sehen. Der Invis-Rohne für Ferrari. Ah, vielleicht sehen wir hier ein bisschen Action. Aber erstmal Top Tower holen. Ist angesagt. Rotation nach Top. Und der Tower. Schnell mal holen. Das ist jetzt halt die Sache für IG. Müssen jetzt die Tower holen. Müssen Snowballen. Und müssen dann mehr holen. Das ist so die nächste Zeit. Die nächsten Objectives, die sie holen müssen. Finden hier tatsächlich Scylla? Oh, 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 oh. Nein, das ist ein ziemlich schneller Tod. Bam. Requiem kommt auch raus. Und for good measure, es kommt alles nochmal hinten dran. Scarlet Mage wird damit noch nicht Level 6. Aber steht auf jeden Fall fast Level 11. Blue ist jetzt hier drin. Mal schauen, ob sie hier stoppen werden. Klar, LGD werden erstmal deffen. Aber ich glaube, sie haben noch ein paar T1 Tower. Mal schauen, ob sie das chronologisch abgehen. Oben, unten, oben, Mitte, unten. Okay, nein. Oben, unten, Mitte anscheinend. Denn erstmal muss hier unten bottom gedafft werden. In July ist hier. In July wird sich erstmal nicht zeigen. Ist auf dem Weg zum Mekka. Aber braucht halt noch ein bisschen länger als der Rest. Trotzdem immer noch drei Helden hier unten. Zhao wird jetzt hier angemacht. Schöner Swap. Okay, ein bisschen Kurzrange. Aber da muss der Relocate rauskommen. Und das können sie nicht fighten. Da sind jetzt hier auf einmal alle nur zum Tower zurückgegangen. Sind also immer noch hier. Und jetzt beginnt die Chase von LGD. Oh, schönes Search auf Zhao. Die Frage ist, ob Ferrari hier doch rauskommt. Hat ein TP. Aber Zhao ist halt zu weit hinter. Und... Ja. Erstmal Pause. Das... Na gut. Das hat irgendein Disconnect. Keine Ahnung. Ferrari muss jetzt hier aufpassen. Hat ein Mekka, klar. Aber wie viel Stanz haben wir? Eins, zwei, drei. Die Frage ist, ob da rankommt. Ist halt sehr, sehr lahm. Braucht jetzt halt eine Station auf dem Top Tower. Wenn sie das fallen lassen. Und versucht das Ganze zu juken. Und schafft es tatsächlich zu juken. Uh... Ganz knappe Sache. Schön gemacht hier. Aber es war halt auch Glück. Ob Zhao halt gerade nach da guckt oder nach da guckt. Hat halt ein TP. Und hat das genutzt. Der Bottomland. Du holst jetzt den Tower. Medusa kriegt nicht den Denai. Auch wenn es ein bisschen knapp war. Aber hey. Die Draw hat halt auch einfach schon 170 Damage. 167. Ne, 176 so. Einiges in der Damage ist hier draußen. IG hat den krassen Damage. Lua und Ferrari sind halt irgendwie knapp 2K oder 1,5K Net Worth. Weiter vorne als die Cores von LGD. Trotzdem haben wir jetzt zwei Tower geholt. Müssen halt weiter nach vorne machen. Der Mitte Tower könnte jetzt auch sogar denied werden. Und IG ist dann nicht rechtzeitig da, um den Tower sich zu snacken. Von daher 1.000 Gold weniger, als man hätte haben können. Naja. Aber auch Roshan ist demnächst eventuell vorhanden als Chance. Okay, nein. Wenn Farah hier drauf haut, dann ist da keine Chance für Denai. 190 Damage. Ja. Das holt man nicht so einfach. Ist auf dem Weg zum BKB. Wie sieht es generell mit den Items aus? Mit den BKB-Timings, ja. Klar, BKB-Timings, aber das ist nicht alles. Drill Ranger auf dem Weg zum BKB. Und ist ähnlich weit weg wie Ferrari. Auch auf dem Weg zum BKB. Void wird wahrscheinlich Mask of Madness holen. Hat er nicht mal einen... Ne, hat noch keine Mask of Death gehabt. Doch jetzt Mask of Death. Oder hat sie nur kurz ausgetauscht gehabt? Nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich auf dem Weg zu einer Mask of Madness natürlich. Skyrath Mage ist jetzt Level 6. Können ein paar Kombos rausholen. Hat er kein Boots. Hat dementsprechend erstmal alles, was er braucht. 86. Ne, dem. Egal. Und hat... Die Arcane Boots hat alles, was er braucht. 201. Gut dabei. Chuan selbst hat Medaillion. Und dann ist Rush natürlich wesentlich einfacher. Hier kommt auch direkt das zu Rushen. Aber LGD riechen das. Denn LGD haben Smoke gesehen. Und Smoke heißt halt eindeutig ist okay. Wir machen Rushen. Die Frage ist tatsächlich, ob sie nicht schnell genug kommen. Miluiser ist halt schon vorne, ja. Sie kommen halt alles nicht schnell. Aber holy shit, ist der Rushen schnell down. Das wird knapp. Und tatsächlich geht Rushen hier down. Bevor sie irgendwas tun können. Chrono ist bereit. Wo ist hier der Chrono-Man? Chrono kommt rein. Chrono trifft. Tatsächlich auf zwei. Jawa ist auch noch drin. In July geht hier down. Die Wall ist zwar schon gestellt. Ferrari wird down gehen. Aber hat Neiges. June geht hier down. Hat aber auch schon seinen Weg getan. Luo kann jetzt hier den Damage reinhauen. Aber zu spät. Der Silence von Luo. Und der Stone ist jetzt draußen. Aber nein, er wird versteinert. Er hat zu greedy. War zu schnell nach vorne geguckt. Aber Chuan lebt auch noch 4 zu 3 jetzt hier. Und der Chase geht on. Zhao ist drin. Springt wieder nach oben. Die Frage ist, kommt er wirklich weg? Und es sieht aber ganz gut aus. Wirst du jetzt auch da? Und nur die Medusa wird jetzt hier gechased. Die Frage ist, Medusa hat ein Movement zwischen 340. Ferrari ist ein bisschen schneller. Slow kommt jetzt hier raus. Die Frage ist, ob sie da wirklich reinwollen. Dann sind alle wieder da. TV Reactions kommen nicht direkt. Aber anyway. 2 zu 2 ist der Trade. IG haben wir Aegis bekommen. Okay. 2 zu 1 war der Trade. Haben einen Offliner bekommen. Offliner für Offliner. Plus haben wir noch einen Subway rausbekommen. Mussten aber dafür die Aegis bezahlen. Nicht so ein guter Fight für IG. Dafür aber, dass sie halt mitten ums Rochspitz gefunden wurden. Die Wall ziemlich gut stand. Haben sie dann auch verhältnismäßig gut rausbekommen. Und besonders die Cores haben das noch knapp überlegt. Denn das Positioning hier unten war halt richtig kritisch. Besonders teilweise von John, der hier sehr weit unten stehen musste. Weil die Cores halt hier mit Split Push und mit Ember Spirit doch halt eine sehr große Reach haben. Und auch nicht zu verachtenden Damage raushauen. War das Positioning sehr, sehr wichtig. Trotzdem Action. 6 zu 3 Kills nur. Aber das Game ist schon sehr viel Action los. Trotzdem für LGD. Sie kriegen sehr viel gemacht dafür, dass dieses Lineup doch eigentlich nicht online ist. Klar, Luo fompt weiter. Der Networth-Graf ist halt sehr weit vorne. Klettert auch stetig weiter nach vorne. 7500 Networth. Bei knapp Even Tower. Das ist viel. Aber das brauchen sie halt auch. Denn wie gesagt, sie haben noch knapp 10-15 Minuten das Game hier zu beenden. So ungefähr. Bottom Tower ist destroyed. Kein Deny möglich. Oder kein Deny. Gerade Lust drauf. LG farmen noch ein bisschen. Aber ansonsten BKB-Timings. Darauf wird gewartet. Luo hat seinen BKB. Shadowfiend hat seinen BKB. Und dann wird der nächste, jetzige Timing-Push kommen. Anscheinend auf die Top-Lane. So wie Chuan das einzeichnet. Top-Lane kommt. Wir haben tatsächlich Yao. Der hat aber einen Remnant. Und kriegt nicht raus. Und da kommt direkt die Mystic Flare. Aber relocate zurück. Aber nur. Die Frage ist, ob das eine gute Idee war. Kann ich ihm nicht verüben, dass er da daneben geklickt hat. Aber es ist halt auch schon sehr scheinbar gewesen. So, da kommt das relocate. Alles wunderbar. Gang von IG steckt Fail-Wale. Warum steht ihr da auf einmal hinter ihnen? Ist immer noch gesilenced. Und wird so noch gestunnt. Na, keine gute Idee. IG werden wahrscheinlich einen Tower rausbekommen. Obwohl halt MSB doch schon 5 Sekunden wieder da ist. Ist halt auch nur Level 11. Die Hilfe wird benutzt. Und LGD wollen das wohl fighten. Haben halt auch Stone Gaze. Ist ein recht einfacher Fight trotzdem. Stone Gaze einfach raushauen. Und dann kann der Rest halt losgehen. Trotzdem LGD auch selbst zurückhaltend. Haben halt auch June gerade nicht auf der Top-Lane. Außerdem Chrono auf Kudan. Müssen sie eigentlich kein Risiko eingehen. Wenn sie halt einfach nur jeden Tower mit Chrono fighten. Dann haben sie trotzdem noch genug Zeit. Um hier genug Go zu machen. Und genug Druck zu machen. Und außerdem währenddessen halt das Game nicht abzugeben. Wir haben an sich. Eigentlich geht der Graf halt immer nur weiter nach oben. Von daher vom Farm. Ja, naja. Eigentlich bleibt es jetzt even halt. Sie brauchen halt schon Objectives und Kills. Um halt hier weiter nach oben zu kommen in Sachen Farm. Es steht IG und LGD. Es steht IG, LGD und nichts hinterher. XP. Sieht ähnlich aus. Nur um Kills geht das halt wirklich stark hoch. Ansonsten recht stagnierend. Beide Teams beginnen jetzt aber sowieso langsam mit dem Groupin. Sodass fünf Heroes zusammen losgehen. Aber Rap-Around-Zeit anscheinend für IG. Trotzdem werden sie jetzt erstmal dadurch Faith treffen. Das ist eine gar nicht mal so gute Situation für LGD. Ups. Aber da kann man halt nichts machen als Faith. Und eine günstige Zeit in einer unzugünstigen Position gewesen. Dadurch kriegen sie jetzt immer in den Mitte Tower. Und versuchen jetzt hier sogar in Scylla zu kommen. Aber nein. Da ist kein Swap möglich. Level 10 erst. Mit Level 2 Swap wäre das vielleicht drin. Aber jetzt kriegt er tatsächlich einen Swap hier raus. Muss eigentlich direkt den Stone Gaze anmachen. Kommt aber nicht ran. Kriegt er noch Silenz von der Droh. Lua und Ferrari hauen da rein und relocate wieder. Gerade ist aber der letzte Schuss. Fliegt ihm hinterher. Ferrari kriegt den Kill hier. Das ist sehr, sehr bitter. Steht halt immer noch irgendwie in der Wall. Und Chissbug stirbt fast in der Wall. Aber mit Medusa down. Stone Gaze nicht vorhanden. Wie sieht es in Sachen... Oh, Krone auf zwei. Oh nein. Das geht hier ganz übel ab für LGD. Buyback musste rauskommen von Medusa. Aber sie haben halt auch wieder den Wisp gekillt. Buyback kommt raus. Jetzt müssen LGD gucken, ob sie hier irgendwas bekommen. Kriegen eventuell halt... Ja, kriegen hier die Shackles raus. Aber einfach geturnt. Und da geht der Emberspill down. Da geht Faith down. Scylla muss hier aufpassen. Denn das könnte ein Dieback werden. Swap ist wieder in vier Sekunden ready. Und Injula und Scylla müssen es alleine halten. Und die Pressure ist on. Die Pressure ist weiterhin da. Mecker in 20 Sekunden. Trotzdem sagen sie sich... Okay, es reicht. Wir müssen den Bottom Tower machen. Wir wollen das einfach sicherlich runterspielen. Das war ein krasser Fight von IG. Und einfach vollkommen... Nicht unterschätzt der Damage von LGD. Aber einfach krasser Damage von IG. Den hier einfach... Das ist doch so einfach erscheint. Hier einfach Highground zu gehen. Einfach mal so eine Medusa zu holen. Wieder das Long Range Swap von Chuan. Wieder schnell die Mystic Flayer rein. Und schneller Death von Medusa. Dieback von Medusa. Das wird Highground. Können das... Die Rest von IGD alleine deffen. In July hat die Wallen noch nicht ganz ready. Ich weiß nicht, ob IG das merken. Wenn ja, wird das halt instant Highground gegangen. 40 Sekunden auf Krono auch noch. Requiem ist einsatzbereit. Mecker ist da. Die BKB ist cool langsam down. 5 Sekunden für die Draw, für Luo. Aber halt auch so... Der Damage können sie reinhauen. Auch von Low Ground her. Jetzt ist die Queerfeff wieder down. Aber die BKBs sind jetzt online. Und jetzt wird wahrscheinlich der nächste Push kommen. Einen Push haben sie noch, bis Medusa wieder da ist. Das wird tense. Ich weiß nicht, ob IG... Ja gut. Ob IG überhaupt wirklich diesen Highground Push jetzt machen müssen. Sagen sie sich, nein, müssen wir nicht. Wir haben noch eine andere Lane. Und fangen jetzt erstmal an, die Top Lane zu pushen. Und außerdem ist Roshan bald eventuell wieder da. Tense Moments, aber LGD kriegen ein bisschen... Kriegen halt jetzt eine Verstaufpause. Und es geht erstmal back to Farming für IG. Tja, LGD nutzt es natürlich zum Farmen. Hätte man gedacht. 15.000 Net Worth für IG vorne. 14.000 XP vorne. 14 zu 3. Also wenn es hier umgedreht werde, mal wieder einen Pi-Score. In letzter Zeit haben wir das gesehen. Pi... Okay, kann ich mich nicht ganz daran erinnern. Aber... Ich glaube, es war Navi gegen IG. Aber es ist auch mal Pi. Ja, IG sind wir weit voraus. Aber LGD... Haben halt die Carries und können noch nicht herauskommen. Immerhin haben sie schon Buyback rausgeforst von vielen. Battle Fury noch sehr weit entfernt. Amberspirit hat da kaum was eigentlich. Seit im Net Worth sehr weit hinten. Die Top 3 Cores von IG sind vorne am Net Worth. Und noch Medusa. Ist auf dem Weg zum Skadi. Ist immer noch einige Zeit davon entfernt. Und von Damage ist halt gerade einfach mal nicht von zu reden. Das sind knapp 90 Damage mit Splitshot. Tja, da muss der Damage halt woanders herkommen. Natürlich hat LGD eine gute Möglichkeit, den Damage von woanders her zu kommen. Nämlich sie haben eine Wall. Und da ist es nicht sonderlich förderlich, wenn hier eine Kopie von Ferrari und von Luro gemacht wird. Ist nicht so gut. Mal schauen. Wartet LG hier. Es sieht nicht danach aus. Chispa könnte jetzt hier abgestellt werden. Haben sie nichts Besseres zu tun. Aber 10 Sekunden bis Roshan. Haben jetzt hier tatsächlich den Observer Vault gescoutet. Und könnten hier gleich reingehen. Chispa wird hier drin bestehen und warten. Und gehen sie dann raus. Seriously. IG viel zu greedy. Und viel. Haben wir keine Geduld. Das ist krass. Hätte ich nicht erwartet. Vielleicht guckt hier Corinna mal rein. Chispa jetzt auch nicht. Das ist sehr, sehr krass, dass sie doch bei so einem Roshan-Timer einfach nicht nochmal reingucken. Hätten sie halt jetzt schon fertig machen können. June geht jetzt rein. Roshan ist da. Holen Roshan. Aber das hätte man... Der hätte schon fertig sein können. Die Supports haben klar hier die gewordert. Aber danach sind sie halt hoch und runter gelaufen. Anstatt einfach zu gucken, ob Roshan da ist. Hätte nicht sein müssen. Oh ja. Minus-Armor von minus 15. Roshan ist sehr schnell da. Und besonders mit einer Drower Ranger, die da so reinlegt. 15. Also knapp Level 16. Und noch ein bisschen mehr. Und dann... Und dann wird sie noch mehr Damage haben. Bisher. Wie viel Damage kriegt Ferrari hier raus? Bisher schon 53 Damage. Das wird wahrscheinlich 70 hoch gehen. Wenn das Ulti rauskommt. Das ist einiges. Jetzt denken sie, dass die Hanground gehen können. Ferrari hat ja Aegis. Hat auch BKB. Perfekt passend dazu, dass das Skadi fertig wurde. Aber mal schauen. Ferrari an the Top Lanes. An... An the Top Lanes. Ja, genau. Nein. Auf der Vorderseite steht vorne. Und bietet das einzige Ziel für LGD. Ja. Schluck auf. Ist jetzt natürlich vollkommen nötig. Ja. Schön zu gehen. Trotzdem. LG würden hoffen, dass LGD da gerne rauskommt. Dann sind sie nämlich so ein bisschen unsicher mit der Base Defense. Denn ich glaube, wenn sie hier nicht durchkommen... Sie haben halt nur einen Versuch. Und es wird umso schwieriger, je mehr Versuche sie hier fallen lassen. Und das ist halt so die Sache. Sie wollen halt jetzt hier wirklich nicht overextenden. Sie wollen das Spiel runterspielen. Sie haben den Vorteil. Und müssen es jetzt einfach nur gerade runterspielen. Nicht greedy werden. Die Buybacks sind immer noch auf cool dann für Medusa. Noch eine Minute haben sie Zeit. Und das können sie ja sicher spielen. Die Frage ist halt, wie sicher sie es spielen wollen. Wollen sie jetzt hier reingehen? Wollen sie zwei Lanes rausgepusht haben? Reicht ihnen zwei? Wollen sie jetzt halt reingehen, wenn die Rest schon gerade ein bisschen draußen ist? Bei Jao beispielsweise hier. Oder was wollen sie tun? Haben halt die Möglichkeiten. Haben halt auch noch die Zeit. Jägeres wird auch noch vier Minuten dauern. Aber klar, IG farmt weiter. IG farmt auch weiter. Klar, sie haben beide zwei Lanes. Plus IG hat noch die Engines, die sie erfarmen können. Top-Lane pusht tatsächlich für IG. Aber ja, holen sie sich erstmal in den Tower. Smoken tatsächlich auf die Top-Lane. Hoffen, dass irgendjemand im Wald ist. Oder dass irgendjemand diese Lane rauspushen kommt. Aber nicht der Fall. Deshalb wahrscheinlich auch so ein kleiner Smoke. Einfach nur wegen Movement Speed. Naja, oder auch nicht. Haben halt gehofft, dass sie halt irgendwas finden hier im Wald. Aber nein. LGD spielen sicher. Bleiben im Wald. Bleiben hier hoch. Und wissen halt, dass IG zu ihnen kommen. Und es ist halt schon... Es ist halt... Kompliziert, High Ground zu gehen. Und IG müssen es richtig machen. Wenn IG hier einen Fehler macht, beim High Ground gehen, ist es sehr, sehr einfach für LGD da zu capitalisen drauf. Und halt einfach den Kill zu holen. Auch Ferrari. Weiterhin den Nice. Einfach easy den Nice hier geholt. Und äh... Um auch noch weiter den Farm von LGD zu vermindern. Tja, aber wir haben Butterfly auf Joe. Wir haben auf Void BKB jetzt fertig. Auf Shadow Fiend hat er auch Butterfly. Somit fast gleiche Items auf den beiden... Auf den beiden Helden. Zwei Minuten für die Aegis. Mal schauen, ob sie die wirklich nutzen wollen. Oder ob sie halt einfach keine Möglichkeit finden. Gucken wir jetzt erstmal den T2 Tower auf der Toplane. Holen. Das ist auch nicht so etwas schweres. Yao ist der einzige, der sich gerade rauswagen kann. Weil er schnell im Remnant zurückkommt. Ich kann jetzt halt hier die Lane rauspushen. In der Zeit, wo halt IG den Top Tower macht. Ohne Probleme natürlich. Wer hätte es gedacht. Aber ja. IG müssen hier schauen. Wie sie am besten einfach reinkommen. Ob sie halt noch warten wollen. Ob sie halt jetzt sagen. Okay, wir haben jetzt unsere Items. Shadow Fiend mit knapp 300 Damage. Kann da schon mal halt reinlegen. Und das Einfachste wäre, wenn sie Ultis rausbaten könnten. Oder halt auch einfach den Damage raufmachen. Tower ist nämlich jetzt schon da. Und sie stehen halt einfach hier. Und können den Damage reinlegen. Das wäre eine ziemlich gute Möglichkeit. Chuan auch schon sehr defensiv zu gucken. Ob vielleicht jemanden rauszuswappen. June bereit, um irgendwo reinzuspringen. Aber LG, die wissen gerade nicht, wie sie umgehen. Sie gehen jetzt rein tatsächlich. In July geht hier rein. Die Wall steht. Kronos 4 ist raus. Auf Scylla. Und trifft tatsächlich noch. Na, Faith trifft es nicht. Aber dafür sind Timelocks ja einfach da. Scylla wird hier tatsächlich auch. Rausgerelocated. Da kommt das Mecca. Und Scylla lebt wieder komplett. Ferrari geht jetzt hier das erste Mal down. Auch Chuan ist da ein bisschen tief drin. Haben jetzt hier die Racks. Mal schauen, ob sie die Racks hier down bekommen werden. Ja, Ferrari holt die Racks down. Aber kommt hier tatsächlich nicht weg. Und sie haben die Racks für Aegis plus zwei geholt. Dominating Streak von Ferrari geht an Zhao. Und LG, die verlehne Racks kriegen aber auch einiges raus. Dieser Fight lief nicht so gut, wie in LG hofft hatte. Aber immerhin haben sie die Racks rausbekommen. Es ist noch früh genug, um hier das Ganze quasi noch einmal zu wiederholen oder noch zweimal zu wiederholen. Andererseits, wir haben immer Spill, wir haben Medusa. Jetzt, klar, jetzt wird es noch nicht genug sein, für Megacrips abzuhalten. Aber generell, dieses Lineup von LGD kann locker Megacrips für 5000 Stunden abhalten. Mindestens 5000, wenn ich sage, 5000, 6000. Tja, ja nett, der Graph sagt aus, so wie es ist. Ja, LG sind voraus. Aber LGD können ja doch einfach den Graphen wieder runterholen. Und können doch recht einfach fighten. Sie haben halt schon Damage. Auch mit dem Witch Doctor Rookie, mit der Wall. haben sie einfach den Damage und auch den AOE-Damage, um da reinzuhängen. LG muss halt, okay, wenn so ein guter Chrono sitzt, ist es halt vorbei und so. Klar. LG hofft jetzt hier ein bisschen auf Pick-Offs. Wenn es auf die Medusa hoffen, aber MMY ist halt dahinter. Und wenn, wäre es nur ein Trade. Chrono gegen Relocate. Da kommt der Go. MMY macht den Relocate. Und da kommt der Relocate zurück. Aber wieder zu kurz hinten. Komm, wir haben den Slow hier raus. MMY wird so oder so sterben hier unten. Ja, es reicht technisch, die nach hinten zu holen. Da könnten sie ja doch einen Reel-Engage machen. Aber einen Reel-Engage war da nicht vorhanden. Da kommt MMY in Tether tatsächlich weg. Oh, Chrono allein auf MMY. Uh, ob es das wert ist. Ob es das wert ist. Haben sie einen Whisp bekommen? Könnten einen Buyback vom Whisp natürlich jetzt forcen. Alle haben Buyback. In 60 Sekunden. Wenn auch in July den Buyback hat. Also, ob die Chrono es wert war. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ein bisschen greedy von June. Versuchen jetzt Heizung zu gehen. Aber ohne Chrono ist das halt auch sehr greedy von IG. Schauen, wie Jaws hier, wie die, wie IG die es machen will. Scylla steht auch einfach da vorne. Mecca wird rausgezogen. Können einfach ein bisschen Damage auf den Tower machen. Aber wirklich die Base brechen. Können sie damit nicht. Shadowblade ist die Wahl tatsächlich von Faces Void. Einfach eben, um den Relocate-Gank abzuhalten. Um Whisp vorher zu finden. Und die Chrono vielleicht ein bisschen besser hinzubekommen. Tense Game. Tense Game. Medusa. Sie haben halt auch einen gewissen Net Worth. Ist klar, 83 Minuten sind halt zurück. Aber sie haben halt 13.000 Net Worth, 10.000 Net Worth. Das sind halt Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Das ist ein gutes Line-Up. Und, oh, jetzt. Richtiges Item für Whisp tatsächlich. Funktioniert hier ziemlich gut. Besonders mit der Chrono. Weil einfach den Tether halt auch außerhalb der Chrono machen. Und einen richtig langen Tether. Sodass du halt auch einfach immer außerhalb der Chrono und außerhalb der Gefahr stehst. Denn die Gefahr ist gerade richtig groß von den Cores hier von IG. Haben einiges an Damage. Und der Einzige, das halt wirklich aushalten kann, ist die Medusa gerade. Woschan, schauen wir mal. In 10 Sekunden sehen wir, wie lange er noch brauchen wird. Oder man könnte es bestimmt mal rechts hier an der Seite gesehen haben. Aber achte ich nicht drauf. Oder habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Schnell auf ihn mit Double-Dimage-Chrono. Oh, 10 Sekunden. Minimum Ocean-Timer. Sehr gut für IG. Mal schauen, ob sie scouten. Und Schwan könnte es mit einer Wave sehen. Geht jetzt ein TP holen. Geht wahrscheinlich dann nach oben. Und guckt mal kurz mit der Wave vorbei. Das könnte sehr, sehr vorteilhaft für IG werden, wenn Schwan hier scoutet. Aber anscheinend tut er es nicht. Wird hier nur die Wave, um die Creep zu pushen. Aber das bringt leider nichts. Denn Zhao ist da. Harai holt sich die Creeps. Holt sich die Engines. Fahramt weiter. Mal schauen, ob sie in den Rohrschwein reingucken. Ob Zhao gleich rein screamt. Oder ob sie tatsächlich einfach nicht darauf achten, dass Rohrschwein wieder da ist. Denn das ist genau das, worauf sie warten. Wenn sie jetzt halt schnell den Rohrschwein geholt hätten, hätten sie sogar noch, glaube ich, die Double Damage Rune gehabt, um halt rechtzeitig da Hanground zu gehen. Also vielleicht sehr schwierig, da von IG nicht reinzugucken. Jetzt kommt er reingeguckt. Sehen hier Roshan. Aber eventuell im Pick-off of John. Nein. Haben wir noch recht wenig Initiation von LGD. Roshan wird es sein. Aber LGD sind ready. Sind aus der Base rausgekommen. Und zwar nicht nur von einer Seite. Nicht nur im letzten Moment hier runter. Darunter. Sondern sind halt jetzt auf der Map verteilt. Und können halt von vielen verschiedenen Seiten jetzt initiieren. IG gucken natürlich, dass sie reingehen. Double Damage sind sich halt nicht ganz sicher. Wollen eigentlich nicht so wirklich da rein. Oh, Skadi. Fertig für Shadow Fiend. Puschen erst mir die Dane raus. Und vielleicht hoffen sie auf einen Pick-off. Werden sie aber nicht bekommen. Wissen halt auch, okay. LGD muss oben verteidigen. Die werden ihn wahrscheinlich bekommen können. Wir können auch einfach mal. Noch ein bisschen warten. Und dann ist der Roshan immer noch da. Gehen jetzt rein. Holen sich einen schnellen Roshan. Wieder minus 14 Amor. Sehr einfache Sache. Und Ferrari. Holst sich Degis. Cheese. Sollte an June gehen wahrscheinlich. Der hat am wenigsten Mana. Aber klar gegen Duo. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Degis hier in July ist raus. Mit dem Blinkler kann er da sehr einfach hier die Lanes pushen. Aber. Double Damage Brune ist jetzt aktiviert. Werden sie leider nicht mehr nutzen können. Für IG. Trotzdem MKB ist jetzt auch fertig für Drow. Die haut zu. Wie in einem Truck. Ist jetzt bei 400 Base Damage. Also bei 400 normalem Damage. Ja. June hat das Shadow Blade. Wird damit versuchen halt so weit wie möglich zu nicht hätten. Und auch Shadow Fiend ist jetzt bei ungefähr. Also ja. Ist bei. 300. Äh 400. Normalem Damage. Smoke von LGD. Das ist. Eine gute Aktion. Allerdings werden sie hier von June aufgestöbert. Setzen noch hier den Ward. Einfach weil sie wissen dass oben wahrscheinlich contested wird. Außerdem kommen sie da nicht ran. Und. Ja. Smoke ist nichts geworden. Weil er versucht da. Aber nein. Jetzt können sie halt wieder einfach nur da stehen. Können einfach die Racks holen. Können auf die Racks gehen. Hier kommt. Die Wall. Aber direkt die BKBs an. Deathwatch steht da. Und Ferrari muss hier wieder abhauen. Wird wahrscheinlich down gehen. Wird tatsächlich noch defensiv zurück geswappt. Aber Chuan geht dafür down. Immerhin. Die Aegis hält noch. Und das können sie nochmal machen. Denn jetzt ist Stone jetzt raus. Jetzt ist die Wall raus. Und was. Hat LGD noch. Sieht nicht gut aus. Witch Doctor. Kein Ulti. Niemand hat mehr Ultis. Außer Emerspirit. Technisch. Und Risp. Ja. Ein Relocate ist noch drin. Aber. Die Wave. Äh. Die Wall. Wird gleich zu Ende gehen. Da ist die Wall zu Ende. Und ich glaube mal. LGD wird da jetzt reingehen. 60 Sekunden noch. Sie könnten auf Chuan warten. Aber Chuan wird nicht schnell genug sein. Haben sie im Game jetzt auch noch tatsächlich den letzten Mod gefunden. Und das könnte hier der Highground Push werden für IG. Und ich weiß nicht ob LGD den aufhalten kann. Kommt wieder raus. Ferrari kommt hier wieder rein. Schöner Vakuum zusammen. Kommt einiges in Damage raus. Aber jetzt kommt die Chrono auf Seile. Allerdings auch auf Ferrari. Das ist bitter. Nur kann er nicht viel machen. Das ist eine schlimme, schlimme Chrono gewesen. Und jetzt heißt es Rückzug für IG. Wahrscheinlich Ferrari muss wieder ins Gras beißen. Kommt er nicht hinterher. Kommt auch direkt. Ah BKB war tatsächlich noch da. Kommt das Rekuum raus hier. Können sie die Rags noch holen. Sieht nicht danach aus. Medusa ist stark. Wird gekitet. Shadowfeind hier. Sollte nicht zu weit fortgehen. Andererseits wie viel haben sie noch? Nicht viel. Ferrari. Ah in July. Kriegen sie tatsächlich noch dauernd. Draw Ranger holt sich den Kill. Aber Medusa und Zhao sind stark. Gehen hier vorwärts. Ferrari versucht zu juken. Wird das nicht ganz so nicht schaffen. Und poppt hier tatsächlich auch. Haben eine Mini Rags bekommen. June hat versucht den Tower hier ein bisschen zu pushen. Die T4s kriegen Damage. Aber trotzdem LGD hält. Und LGD hat die nötige Zeit dafür. Haben auch noch alle Mini Rags. Haben ein paar Mini Hütchen, die hier kaputt gehen. Aber LGD halten. Und das sieht schon so aus. Klar, wenn einmal eine Chrono reintrifft, dann ist es halt super. Aber es ist halt auch LGD Gaming. Da rein eine Chrono zu treffen, wird schwierig. Jetzt sind zwar die Außentower weg. Sie haben ein Game. Das heißt, sie können auch erstmal kurz gucken. Sind das Sentries? Und wenn nicht, können sie June vielleicht mit einem Shadowblade reinschicken. Was eventuell noch eine Möglichkeit wäre, hier eine Chrono zu holen. Aber, tja. Ist hier auf dem Weg zum Argas. Und brauchen halt auf jeden Fall die Chrono zum Feinden. So oft wie möglich. Und da sie halt wirklich keine anderen großen Ultis haben. Mit dem Argenims haben sie quasi das einzige Ulti, den Cooldown verringert. Und was sie halt irgendwie zum Feinden brauchen. Von daher ist das Argenims hier eine sehr schlaue Wahl von June. Chrono ist jetzt wieder ready. Und mal schauen, wie das IG angehen wollen. Ob sie auf den nächsten Roshan warten wollen. Der nächste Roshan wird allerdings erst in 45, 50 Minuten sein. Und ja, das ist eigentlich so das Timing, wo ich gesagt hätte. IG muss damit fertig sein, sonst verlieren sie es hier. Und man sieht es auch schon. LGD kommen zurück, LGD halten und LGD gewinnen die Fights. Der Graph spricht da zwar noch nicht so eine ganz klare Sache. Denn sie kriegen immer noch Objectives und sie kriegen Roshan und halten es damit hoch. Aber die letzten Kills, weiß ich nicht, war doch eher in favor of LGD. Trotzdem halt je später das Game geht einfach, desto mehr wird das in Richtung LGD. Buybacks sind bei allen halt vorhanden. Keine Cooldowns. Von daher können sie halt hier nicht einfach irgendwo rein. Haben hier ein Sentry-Report. Aber gut, mehr nicht. Das ist nicht so schlimm für LGD. Und legen sie halt nicht so wirklich den Fokus da drauf. Smoke auch für LGD. Die erste Sentry steht natürlich auch schon hier, damit man guckt, ob hier eine Observer-Word ist. Ist erstmal keins, aber auch die Sentry ist sehr gut gegen June, falls er mal kurz hier vorbeikommen, schauen will und eine Krone setzen will. Aber, ja, jetzt guckt Joe an, wenn er Roshan nicht mehr da sein kann. Das ist tatsächlich ein Frost-Troll hier. Ferrari holt jetzt erstmal die Aura höher. Ist jetzt bei 40 Base-Armor. Also, die Armor genau so wie, wie, wie einen Axe, der callt. Einiges an Armor hier gestackt. Brauchen sie halt auch. Auch die Joe hat, okay, nur 22 Base-Armor, aber geht jetzt halt auch auf Scuddy. Macht da einfach nur Ferrari den kompletten Build nach. Ist aber auch nicht die schlechteste Wahl. Scuddy auch mit Attack-Slow von, okay, Move-Slow, ja, von 45 ist das schon was. Und das, das kann eventuell genug sein hier, um die Medusa halt einfach nur slower zu halten. Trotzdem aber drei Scuddy's auf dem Build, auf dem Deck. Drei Stück, die hier, naja, die hier im Spiel sind und von den Cores eingesetzt werden. Drei Scuddy's, also überall kommen irgendwelche Frost-Schüsse her. Und so. Tja. IG wird wohl auf den nächsten Roche warten. LGD nutzt die Zeit, um halt zu farmen, klar. Top-Lane ist nicht mehr so viel. Generell ist halt natürlich nicht so viel Farm da, wie auf der Seite von IG. Aber im Prinzip haben wir der Venge, die hat jetzt einen Blink, immerhin. Einen Skyrath-Mage, der defensive Item hat, aber natürlich können sie halt nicht so hoch skalieren, wie jetzt LGD mit der Medusa und mit dem Embers-Build, die halt noch 5 Millionen Slots mehr holen können. Versuchen jetzt erstmal noch schnell den Tower down zu machen. Kriegen den Tower, keine Außentower mehr für LGD. Schneller Pick-Off. Hast sie nicht so schnell verteidigen können, wenn man es von, von, nicht High-Ground gehen muss, so richtig. Und sie brauchen halt jetzt absolut Sentry-Words, um halt Dune zu verhindern, dass er da halt wirklich einfach reinspringt. Roshan. Schauen wir mal in 40 Sekunden, wann er spawnen kann. Und das Spiel geht weiter. Das sind krasse Net-Words auf der Seite von IG. Nuo und Ferrari farmen sich hier alles aus dem Körper. Trotzdem, Medusa bleibt dran. Es sind 5.000 Net-Words hinter, okay. Aber für 43 Minuten und bei der Medusa hat das nicht so eine große Aussage. Wir haben es halt gesehen. Wir haben halt beide Korset noch am Leben. Aber prinzipiell ohne die Kontrolle von Schwan kommen sie da nicht wirklich rein. Jetzt auch noch riesig gutes Einnehmen auf Medusa. Das MKB. Sodass halt beide Butterflies, sowohl von Luo als auch von den Ferrarios, sind. Und hier wurde ein Kurier gesehen. Die Frage ist, haben sie jetzt hier gescoutet? Ja. Aber June könnte den Kurier holen. Ist sich nicht sicher, ob er da rein will. Springt allerdings vielleicht viele rein und kriegt den Kurier und snipe ihn und geht raus. Scylla ist jetzt hier alleine. Wollen sie da die Krone für benutzen? Nein. Sie wollen halt einfach nur das Medusa-Ulti rausbauen, baiten. Und das ist eine ziemlich gute Sache. Ohne Medusa-Ulti wird es jetzt sehr schwierig für LG zu halten. Das ist die Sache. Also, das wird jetzt schwierig, den Highground zu halten. Und das ist vielleicht die Chance für LG reinzugehen. 60 Sekunden. Roshan kommt in 30 Sekunden. Das wäre jetzt die Möglichkeit, halt wirklich einfach reinzugehen. Stone Gaze ist das Größte, was hier auffällt. Aber es sieht nicht so danach aus. Es sieht so danach aus, als ob LG hier auf den Roshan warten. Wollen sie lieber so holen. Sie können halt auch nochmal mit Ferrari einfach den Stone Gaze baiten. Und es war anscheinend nicht genug, um Highground zu gehen. Mal schauen, ob sie hier es vielleicht smoken wollen, um den Roshan zu contesten. 2, 1, Roshan. Hat niemand gescoutet? Ja, anscheinend Ferrari ist da, ja. HTE LOS kann mit den LOS scouten. Und LG, die können nicht contesten. Sowieso nicht ohne Stone Gaze. Sind sie froh, wenn sie Highground halten können. Und ja. Ferrari. Was wird weggelegt? Wahrscheinlich der Hemm of the Dominator. Na, oder einfach gekauft. Wird einfach gekauft. Hier, Satanic ist fertig. Ferrari ist prinzipiell gescoutet. Hat keinen Bayback, aber braucht es natürlich auch nicht. Wir haben das Arganems fertig auf Void. Wir haben den Cheese dort, um halt auch immer genug Mana für die X zu haben. Für die Krone zu haben. Smoke ist da. Und ab Highground. Mal schauen, wo sie es versuchen wollen. Wollen es anscheinend auf der Bottomlane versuchen. LGD steht da. Und LGD ist bereit. LG. Würden gerne einen Pick-Off hier haben. Aber das wird nicht passieren. Die Illusionen pushen hier auch rein. Von daher gucken sie jetzt erstmal Highground. Sehen hier vielleicht. Sehen hier immerhin den Sentry. Ne, sehen sie nicht. Aber schöner Swap auf Scylla, der jetzt instantly in die Luft geht. Und auch wieder nur dieser kurzen Relocate raus. Der einfach nicht reicht. Und der letzte Hit kommt immer noch hinterher geflogen. Holt jetzt Scylla. Wie sieht es mit Bayback aus? Medusa kein Bayback. 500 Gold. Kein Bayback. Wie kann man das? Nein, das ist schlimm. Vakuum. Schönes Vakuum. Schön reingekleaft. Aber es reicht halt nicht. Ohne Medusa Bayback können sie da nichts machen. Jawa ist down. Faith ist down. MMI Bayback. Aber kann auch nichts tun. Bayback. Die Bayback von MMI. Und das sieht nach einem GG von IG aus. Wunderschön gemacht. Hat 46 Minuten endlich durch die Base gekommen. Und das Line-Up zu ihrer vollen Güte ausprobieren. Ausgereizt. Haben ein bisschen länger gebraucht, als ich erwartet hätte. Aber das liegt auch einfach nur am extrem krassen Base-Defense von LG. Die wirklich stark gehalten haben. Allerdings kam man nicht mehr raus. Die Krono war halt irgendwann unabdingbar. Und jetzt ist Bayback, was gefehlt hat auf der Medusa. Ich weiß nicht, wie viel es geändert hätte. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber, ja, wahrscheinlich hätten sie gebybacked. Dann wären sie B gegangen. Aber krass, krass, krass. Gut gespielt von LG. Aber IG hat LG da einfach, würde ich sagen, hart ausgedraftet. Hatten halt noch eine Chance mit dem Late-Game. Aber kam absolut nicht da rein. Schöner Draft von Luo. Das bändet auch dieses Lower-Bracket-Spiel zwischen IG und LG. LG sind disqualifiziert. Sind eliminated aus dem Loser-Bracket IG. Advancen weiter. Und werden ins nächste Spiel gehen. Sehen wir schon, was das für ein Spiel werden wird. Es sieht danach aus. Ja, Rave gegen IG. Sehen wir dann morgen. Und jetzt gleich geht es weiter mit Hyper-Glory-Team-HGT gegen Navi. Bis dann.